Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin es, wir Jesse und es ist ein bisschen soweit, wir schauen mal über die Season 18, was erwartet uns, Starter Set Belohnungen und und und. Wir beginnen mal mit dem etwas unangenehmeren Teil und zwar seht ihr hier schon bei den Season Belohnungen, es gibt eine Flagge und einen neuen Rahmen. Und für alle die sich jetzt denken, Moment, kenne ich schon, da habt ihr recht, also für die die damals Season 6 gespielt haben, die gehen in Season 18 leer aus. Das muss man knallhart so sagen, weil es gibt keine weiteren kosmetischen Belohnungen, also nicht wie in Season 17, wo es da nochmal Flügeln gibt, sondern wer diesen Rahmen und so weiter, ich glaube ich habe ihn hier noch irgendwo, genau, hier. Das ist der Season Rahmen, also das war dann wohl mal nichts für die Etappen. Ja, gab es schon mal schlimmere Season, natürlich könnt ihr euch gerne ein bisschen aufregen, schreibt es einfach in die Kommentare, ist wie es ist. Für die, die Season 6 nicht gespielt haben oder damals Rahmen und Flagge nicht geholt haben, für die ist es egal, für die sind die Sachen neu. Für alle anderen geht es trotzdem bis zur Stufe Eroberer hoch, weil dort gibt es eine weitere Beutekiste und Platz brauchen wir in Diablo sowieso. Alle mehr besonders, weil es ja wieder neue oder besser gesagt geänderte Legendaries gibt und da wäre es natürlich nicht schlecht, wenn wir die vielleicht mitsammeln würden. Also, sei es wie es ist oder ist wie es sei es, je nachdem und man muss halt zumindest Eroberer spielen, um die zusätzliche Kiste zu holen. Jetzt wisst ihr Bescheid. Und wie das am schnellsten geht, schauen wir uns jetzt mal an von den Starter-Sets. Wir fangen von links nach rechts an. Der Dämonenjäger, wie zu erwarten und auch aus der Set-Rotation mit Ausstattung des Marodeurs, Starter-Bild und so weiter, folgen natürlich alle. Beim Dämonenjäger ist er sogar schon verfügbar, geht ganz easy. Und dann, Waker für den Barb, da werden wir uns irgendeine Ansturmskillung bauen, um damit ein bisschen was zu farmen. Ein DMU vom Zauberer, da bin ich mir nicht ganz so genau sicher, ob man da so Frostblade oder so eine Frostorb-Skillung spielen oder ob es vielleicht etwas gibt, was ein bisschen schneller ist beim Farmen. Zunimasas Schlupfwinkel wird auf jeden Fall so eine Kombination werden. Entweder spielen wir mit den Pets oder mit den Giftdorchen, aber ich glaube wir werden eher mit diesen Giftdorchen, Giftpfeilen spielen, weil das dann in Best Build auch auf die Lon-Ecke geht. Inas Mantra müsste dann das stärkste aller Starter-Set sein vom Mönch, weil wir können natürlich das Season-Thema der Drei-Einigkeit super nutzen, die ganzen Kreise, die spawnen, weil wir uns mit Mönch einfach reinstellen und zusätzlich die WOL-Glocken droppen. Also für alle, die nur eine Quicker Season spielen wollen, Mönch oder Demon Hunter, könnt ihr euch schon notieren. Dann Arkans Rüstung auch nicht so schlecht, vor allem auch zum Farmen von Arthem des Todes und so weiter, bietet sich noch ganz gut an für den Kreuzritter. Und last but not least, aber doch ziemlich weit hinten, Gewandung des Seuchengebieters. Das ganze Problem beim Neko ist halt immer das gleiche. Wenn der wenig Paragon hat, spielt sich die Klasse ein bisschen mühselig. Der wird erst warm, wenn das Gier und das Paragon kommt. Und dann zieht er erst nach vorne, wie halt schon immer es gewesen ist. Okay, von den Errungenschaften, da sieht es ein bisschen leicht aus in der Season. Wir haben einerseits Dämonen der Geschwindigkeit, also so ein Portal unter zwei Minuten. Kein Problem mit den Speed-Klassen. Ah, und dann haben wir die drei Edelsteine für 75, auch kein Thema. Boss-Modus könnte ein bisschen schwieriger sein. Ihr wisst ja, da müsst ihr bei jedem Boss dabei sein und immer dementsprechend überall hinlaufen. Und dann haben wir hier Herz eines Löwens, erreicht ein großes Nephilim-Portal, Solo mit 75. Hier halt im Hardcore-Modus, ich glaube da gibt es wohl auch eine Softcore-Variante dazu. Irgendwo. Und dann haben wir nochmal die 350 Gegner von einer Kiste. Ihr wisst ja, da gibt es gewisse Spots, wo diese Kisten spawnen können. Und da kann man sich dann mit einem Demon Hunter oder weil Herr Klasse immer die schnell viele Gegner platt macht, hier die Errungenschaften holen. Also es ist jetzt nicht ganz so dramatisch, weil da sind leicht zwei Errungenschaften dabei. Bei Wächtern muss im Endeffekt ja nicht gespielt werden, außer für die, die natürlich den Porträtrahmen haben wollen. Aber im Endeffekt reicht das bisher oberer für die Kiste. Das sollte mit zwei Errungenschaften gehen und die einzelnen Etappen. Die brauchen wir sowieso für das diverse Season-Thema, beziehungsweise für die Season-Kiste, damit wir unser Starter-Set hier abholen können. Und dann können wir hier schon direkt loslegen. Also, ich weiß, die meisten von euch sind ein bisschen enttäuscht, dass es hier keine neue Kosmetik gibt. Da gibt es auch ein Blutpost dazu. Warum das so ist, wie es ist, vielleicht dann in der nächsten Season für alle anderen, die Season 6 nicht gespielt haben, sieht es trotzdem ganz gut aus. Jetzt habe ich noch eine kleine Aufgabe für euch. Ihr könnt mir ja verraten, ob ihr Season 18 spielt. Ja, nein und wenn ja, welche Klasse? Weil ich bräuchte noch einen Klassenvorschlag. Ich bin noch unentschlossen, ob ich Mage oder Demon Hunter oder Monk spiele. Weil Monk hat halt schon das gute Starter-Set und das hätte ich mir schon mal überlegt. Und ich habe schon ewig keine Monk mehr gespielt. Also, macht mir eure Vorschläge, schreibt, was ihr spielt. Und ansonsten, wie immer, viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.